Musik Ja, noch stehen wir in der Audi-Halle, jetzt gehen wir mal raus zum roten Teppich und wir probieren erstmal an den Security-Menschen vorbeizukommen. Musik Jetzt müssen wir hier stehen bleiben. Es ist eisig kalt, es ist unglaublich, diese Frur. Guten Abend, haben Sie Lust uns ein Interview zu geben als Security-Mensch? Das darf ich leider nicht, ja. Achso, dachte das niemand von Ihnen? Das glaube ich nicht, nein. Schade. Ja, tut mir leid. Achso, oh, dann, dann, okay, gut. Wir bemühen uns. Ja, ich gucke aufs Bild, aber auch auf meinen Fuß. Gut. Tschüssi. Tschüss. Ach, so ein Stufen. Ja, ich, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich bin hier insodiert. Ich finde die Security-Männer unsympathisch. Ganz heiße. Musik Ich bin die Charlie und das ist die... Oh, und wir stehen hier gerade auf dem roten Teppich und gucken uns... Nee, wir stehen nicht auf dem roten Teppich. Ich glaube, das sieht ja zuschauer aus als, dass wir nicht auf dem roten Teppich sehen. Na gut. Ja, so I'm trying to track the opposite. Maybe we could rise if we try to fly a bit. There's a reason why the glass fall. We could use it only if we see it half full. Musik Sind sie? Na, sie sind nur rot. Nehmt ihr auf. Bela, was zu's? Okay, halt du selber. Was machst'n du? Warte, ich muss alle Schlaufe machen. Ja, das geht auch so. Also, egal, aber viel kann den Ton einfach übereinander legen. Ne, jetzt ist verzeckt. Ne, ne, nehmt ihr schon auf? Ich habe geklappt. Du hältst mir einfach das Mikro hin. Okay, los. Ähm, genau. Wir stehen hier gerade vor dem Haus der Kulturen der Welt und schauen uns gerade... Ja, wir schauen uns gerade genau jetzt in diesem, just in diesem Moment den Film an. Genau da läuft er, bei Charlie. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.